Jopp, ich krieg schon nen Schuss rein Hab einen Was ist mit unserer Kass los? So, Amarca sagst du? Ja, geradezu von meinem Pose 1x4 Ja, ich seh sie 1x4 Liegt in der Säge oder was? Das ist noch die Tracer gerade ab Die Schüsse sind nicht nur die Tracer Einer weg Gut, den hast du Ist einer wieder über den Hügel da hinten Hast du gesehen, ne? Jaja, der ist weggelaufen durch den Flayer Ok, er hat deine Hand abgeschossen Ziel bezeichnet! MST und Recon, wie sieht's da vorne aus? Im Inf Wir sind in Cap Reins Wir capen auch schon ein bisschen Keine Panzerkontakte? Negativ Fährt am Marker Am Marker? Der liegt oben auf dem Hügel drauf Ich seh nicht, da ist aber was angeschaut Wo ist das? Ist das unser? Ist der Red Ne, ich bin so krass Ich bin so krass Ich bin so krass Ich bin so krass Helf zu uns Ja, das ist ein Gegner Ich schieße Ne, das war nicht unsere Das war die Z10, die da gerade Schussflug gemacht hat Ja, aber gut Yeah, geil Jetzt kommt unsere erst Das war ein Z10, der auf seinen eigenen Sturzflug abgefeuert hat Sehr gut Ne, unser LPC ist ja weg Wie macht das? Unser eigener Carst hat nur Sau langsam Nein, der LPC ist tot Ich, ich zieh mich jetzt auf Ich muss zu Ja, wir sollten mal die Stellung Wir cappen gerade, ne? Wir sind viel zu lange da Ja, ja So, wir sollten mal näher ran gehen oder so Oh, wir cappen Oh, wir cappen Yeah, wir cappen Cappen, cappen Da ist nicht irgendwo ein Marker Ja, der Typ der da Da ist ja Ich will dazu Ich will dazu Überlegen Ich würde auch nennen irgendwie hin Was ist das jetzt? Z10, Z10 Z10 Naja, können wir nichts machen Der Truck ist doch schon Ich ballert hier Au Scheiße Was war das denn? Z10 Z10 Ich will ja mal Ich lieg sechs Meter neben den Markern Du schiesst jetzt genau auf mich Die haben auch gesehen Wie alle hier aufgeflogen sind Ey, und ich leb hier noch SEO, keine Bewegung Das war irgendwas Böses Hey, Öppi Oh, jetzt bin ich Stückchen Nach Norden, ist halt die falsche Richtung Wieso, doschen wir Power Station Ich will den Marker Kicken und patsen Patsen und verpissen Patsen und verpissen Rallye Geht nicht Achso Kacke dich Irgendwie sehe ich immer Feinde durchs Bild laufen Und immer zwischen unser Squads Das hat immer so einen komischen Beigeschmack Ging der Rallye nicht, jetzt steht er Das heißt, dass hier keine mehr sind Das heißt, dass hier keine mehr sind Ja, sehr gut So, ich hol mal mein Kitschen wieder zurück Gruselig Boah, jetzt muss ich komplett runterrennen Das ist irgendwie so witzig, ne? Mal gucken zu, hä, was macht der da? Wer ist das? Wie siehst du denn an? Och hä, Rallye, versuchst du in einer besseren Position Sind die Gegner in der Nähe? Läuft 5 Meter vor mir Rallye Leute, hier müssen Gegner sein, ich kann kein Rallye setzen Hehehe Was? Lass uns mal einen Bus nehmen Mhm Um so viel zu verteilen, das ganze Squads liegt auch unter einem Baum Cool Arbeit Ja, geht mal ein bisschen auseinander Ich weiß, hier ist nicht viel Deckung, aber Findet schon was Nee Aufwandern scheinen nicht genug Bäume Alles kahl hier Da hinten, Sergi Kommt noch was? Oh, oh, Crow Oh, oh Na, Crow, jetzt zählst, Vorsuche! Ich leg mich nur hin Scheiß, das Ding hat Thermal, kann das sein? Könnt ihr den mal markieren Ich hab nicht Was ist markiert? Nee, der Kleine hat kein Thermal Oh, Kass, was macht ihr? Was passiert? Gar nichts, das ist das Problem Ich lese die ganze Zeit Beides sind ausgestiegen Ahhhh Ist er grad reingestiegen Ist schlecht Ah, das ist sehr schlecht Nee, nee, ich hab's nicht Liegst du oder kniest du? NAKROYTE ZELZ VOSDUCHE! Die ist... Die finde ich gleich für dich, die... Ach, Helikopter Hm, fast Legt sich hin Ist immer noch draußen Ey, wieso schiffen denn ich? Müsste klappen Ich bin down Toll, du schießt die ganze Zeit auf Und ich krieg die Fungel, ne? Unsere Scheiß Nutzlose Kass Wieso zur Hölle? Ich hab bestimmt nicht gelasert Jetzt kommen sie Leg bei dich Wir haben keinen Medic Ah, Müsst Mein Kronos Besten für ein ekelhaftes Geräusch Ja Geil, dass unser Squad Leader immer die Nase sicherer gibt Ja, das hört sich böse an, das da Oh, schießt das Chinesen Shot Am Marker Oh, das ist ne Fop Wir sehen einen gar nicht Was? Fop Meine Güte Hinter uns Hinter uns Ich knall ihn ab, ich knall ihn ab, warte Oh, alter Warte, warte, er will dich messern Hab ihn Nice Ja, neben dir ist jetzt grad jemand Hallo, kann mich mal jemand wiederholen? Warte, warte Wer ist denn das? Kronos Nix, Kronos ist in der Fahrt drin, ne? Ach ne, das ist das... Ja, nix Hab ich Fahrt wird gemessen Nein, was soll das denn? Was soll das? Future, hol mich mal wieder, wer ist denn das hier? Ja, ich seh grad nix Ja, ich glaub, ich bin bei dir Patch ist gut, ich brauch mich, ich muss mal zusammenflicken, ey Warte mal Ja, jetzt bist du über mich, gut Ich muss kurz feiern Ja, deck mich, deck mich Über uns fliegende Hubschrauber, ich kann mich grad sehen, alter Toter Ja, der haut da grad ab, der ist weiter weg, der ist nach dem Warten Ich liege in der Fop-Rinne Oh, ich seh, Gegner Kopf Ja, ich seh, Gegner Kopf Ja, ich seh, Gegner Kopf Nein, ich seh nicht, ich seh nicht Okay, schön decken Ich bin an der Fop Erwischt, aber er ist noch dran Oh, da ist hier so ein Scheiß Aber nicht flären die Fop, liegt da drinnen Wenn du die Fop fährst, bin ich auch nicht mehr ruhigbar Ne, ich hab'n Quail gefloppt Da ist ein Gegner Und zwar neuerstlich von euch Ja, schon Ach, Scheiße Ich liege in der Fop Ja Komm runter, komm runter Scheiße, ich bin verletzt Da ist noch einer Ist noch einer Das ist mal Marc auf dich drauf Läuft einer über mich drüber Ja, Marc Versuch's ja Boah, ich bin getroffen, Ruhe, 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 Ruhe Hab ihn, ich hab ihn, aber ich brauch'n Medic Ja, das müssen die CSF-Typen sein Da lebt noch einer von So, krass, ich bin schlaß auf die Eier Was ist eigentlich passiert da unten? Wieso? Wieso hast du dich nicht so lehren? Ich hab Zivil gelernt Und hab auf Messer gewechselt Und hab die... Ich hab die Fop gemessert Und gleich ist der Zivil auch gelaufen Woher gegangen Und nie erlebt Fop ist Geschichte Hat einer von uns ne Hut oder sowas auf dem Rücken? Irgendwo 2.10 von uns Ich will nicht schon wieder rausgehen Shit, runter, runter, ey, nee Fuck Brauch'n Medic Scheiße Nein Überfahren Haha Jetzt müssen sie ihn aber kriegen Jetzt müssen sie ihn aber kriegen Ja, also, also Ähm Ich lieg genau an den Grails Äh, ja Ne, 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 ne Kronos, du liegst ja noch nicht an dem Rücken Wir hocken alle auf einem Haufen wieder Aber ich, ich darf nur mit dem... Mit dem Rücken Mit dem Rücken Ich darf nur mit dem Rücken Ich darf nur mit Captain Future spielen Ne, 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 ne Hahaha Hahaha Hahahaha Hahahaha